Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Heute geht es um die neu überarbeitete Lockbox für die intelligente Stromüberwachung. Zur Erinnerung, die seit Jahren erfolgreiche Lockbox-Familie ermöglicht eine elektronische Lastüberwachung bis DC 10 Ampere und ist prädestiniert für die Aufgaben der Industrie 4.0. Lütze Overload Current Control oder eben kurz Lockbox ist mittlerweile in vielen Schaltschränken der Standard für intelligente Überlast- und Kurzschlussüberwachung. Dank der patentierten Einstellmöglichkeit der Auslösecharakteristik ermöglicht sie entlang definierter analoger Kennlinien den Aufbau selektiver Spannungsversorgungen. Im Fehlerfall werden nur die betroffenen Lastkreise abgeschaltet. Die nicht betroffenen können problemlos weiterbetrieben werden. Das System speichert den Fehler und unterbindet dadurch das erneute Auftreten derselben Störungsursache beim Wiedereinschalten. Die Fehlerdiagnose erfolgt über die Hardware oder über ein Gateway zu allen gängigen Feldbus-Systemen. Doch nun zum eigentlichen Thema. Was ist denn neu an der Lockbox? Um es kurz zu machen, ziemlich viel. Hinsichtlich Montage, Anschlusstechnik und Schaltschrank-Performance wurden einige Features hinzugefügt. So ist mit dem Upgrade nun erstmalig der komplett werkzeugfreie Einbau der Lockbox im Schaltschrank möglich. Statt der bisherigen Federzug-Klemmen kommt nun die verbesserte Push-In-Technik zum Einsatz. Diese ermöglicht die Verdrahtung mit einem deutlich erweiterten Klemmquerschnitt. Aderquerschnitte bis 2,5 mm² mit und ohne Adern-Enthülsen sind so möglich und lassen sich problemlos anschließen. Ergonomisch angeordnete blaue Betätiger gewährleisten eine leichte Demontage der Adern. Außerdem, die neue Lockbox verfügt über eine standardisierte Prüföffnung für ihre Messinstrumente. Das bewährte Brückungssystem sorgt weiterhin für einen reduzierten Verdrahtungs- und Kostenaufwand. Gleiches gilt für die ertüchtigte Aufnahme der Kupferschiene und des dazugehörigen Berührungsschutzes. Das war aber noch nicht alles. Für noch mehr Platz und eine verfeinerte Luftzirkulation wurde das Gehäuse um insgesamt 8 mm verschlankt. Eine zusätzlich im Modulsockel integrierte Feder verbessert den Halt erheblich. Die Lockbox sitzt so noch fester auf der DIN-Hutschiene. Das neue abgerundete Design. Der Lockbox steht für Innovation und Effizienz beim Handling. Der Einbau geht zugleich reibungsloser vonstatten. Darüber hinaus haben die Lütze-Ingenieure die Lockbox mit zusätzlichen LED-Funktionalitäten ausgestattet. Diese informieren nun über Differenzen bei Soll- und Ist-Einstellungen. Die neuen Lockbox-Module sind natürlich voll kompatibel zu allen Vorgängermodellen. Und ganz wichtig, die Alleinstellungsmerkmale wie die vorhin genannten patentierten Kennlinien und die große Variabilität bleiben natürlich erhalten. So, das war es wieder mal. Weitere Informationen und die Kontaktdaten gibt es wie immer in der Beschreibung unter dem Video oder auf lütze.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Video Blog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.